Meine lieben Gäste, ich hoffe, Sie sind gesund und alles in Ordnung. Ich bin Junaid Kuru, Generalmanager von Aquavolt Belek bei MP Hotel. Von Antalya Aquavolt Belek, wo das Meer, die Sonne und die Sonnenuntergänge am schönsten sind, sage ich Ihnen sehnsüchtig Hallo. Heute sind wir alle wegen der Covid-19-Pandemie, die die ganze Welt beeinflusst hat, in unseren Häusern gebleiben. Wir vermissen Sie immer mehr. Wir müssen, dass die Hotels nur mit seinen Gassen wunderschön sind. Dafür sagen wir Danke. Ja, wir werden noch eine kurze Zeit für die Gesundheit von Ihnen getrennt bleiben müssen. Aber wenn wir bald wieder zusammenkommen, werden Sie sich mit unserer warmen, mit der reinen Sonne aufwarmen. An unserem langen und bereiten Strand, in unserem großen und bereiten Garten im Kiefernwald, mit unseren frei lebenden Vögeln, Schildkroten, Igeln und Einhörchen. Unser Garten werden Sie mit seinen Blumen und seinen Dürfen umarmen. Mit unserem hilfbereiten und freundlichen Personal werden wir Sie begrüßen. Wir auch in unserem Aquavolt Belek Hotel, dass wir auch gesunde und zuverlässige Weise für Sie vorbereitet haben. Wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie gesund. Wir sind immer für Sie da. Tschüss.